Ich hol mir morgen mein Minecraft, dann können wir mal wieder was zusammenspielen. Ich crack mir morgen mein Minecraft, dann können wir wieder was zusammenspielen. Ich crack morgen den Nacken von meiner Mutter und glaube ihr Geld. Ich muss jetzt erstmal wieder nach Hause laufen. Ich auch. Walking. Ich find's cool, dass hier überall so ab und zu Röhren kommen. Ja, so Kriegsgeber. Scheiß auf Umweltverschmutzung, diese Röhrenverschmutzung ist unser echtes Problem. Das ist Syrien hier, Alter. Wie sieht das denn hier aus? Kommt, Freunde, wir schlachten die Kuffar. Gemeinsam kriegen wir das alles hin. Gemeinsam schaffen wir das. Ich schließe jetzt hier noch ein paar Öfen. So, wie machen wir das mit der Rohrproduktion, ohne dass das hier alles kaputt fängt? Musst du dir überlegen, du bist Rohrbeauftragt. Klemmt noch. Super Mario in real life. Super Mario in real life. Spaghetti! Wenn sich die Neonazien aneimt aufpassen, ob ich das Hauen kommst zu sehen. Ander, Vater, Baby, Prophet, sagt, dass ihr euch vertraut. Und dann vertragen sie sich wirklich, was sollt ihr dann hinterher rennen? And I really, I love you, and I need you. Raus mit den Viechern. Raus mit den Viechern. Wir hier Flachstahl herstellen, oder? Stahl. Eisen, Erz, Fördern. Salzgitter, Stahlage, ey. Die Fre... Stahl, 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 und Stahl, Stahl. So genial, wir machen uns da immer noch rüber lustig. Ja, wollen sie den haben? Das ist immer so dieser Running-Gag zwischen mir und so einem Kollegen. Wollen sie das denn haben? Das ist einfach so Abfallprodukte, dann sparen sie bei der Entsorgung ein bisschen Geld. Hat das jemand genau von euch, oder? Ja, weil wir mussten, der Lehrer hat so etwas böse geguckt. Hast du das genommen? Ja. Hast du das weggeworfen danach? Nee, ich hab das irgendwo rumliegen. Ey, gib das mal. Was? Schick mir das per post. Ich will das haben. Ja, wollen sie das denn haben? Das ist legendär. Das ist ein wertvolles Artefakt. Aber das sieht echt aus wie so eine Polluted Factory-Erwältigung. Ich wundere mich, dass da echt nicht irgendwelche Käfer kommen und die ganze Arbeiter da fressen, Alter. Das ist so richtig braun und so. Und diese Züge da und wenn die das Ernst da raushält, ist absolut... Absolut. Das ist geiter Flakestärproduktion. Flakestär. Flakestär. Ja, Germany. We produce the best Flakestär in the whole world of Germany, yeah man. The whole world of Germany. Oh, ich liegend schon diese scheiß Rohrverschmutzung, Alter. Greta Thunberg gegen Rohrverschmutzung. Sobald sie irgendwelche Pipelines einfach überall hinsetzen. Ja, die, die... Das sind so diese... Und dann die... Kommt dann wieder diese ähm... Und dann sich diese Umweltprozessor und so. Ja, Leute, habe immer Rohr gelegt und sie werden das auch immer. Ja, das ist ganz... Ne? In meiner Kindheit, da wurde ich von meiner Mutter geschlagen. Wenn ich aufhöre Rohre zu legen, dann heißt das nicht, dass die anderen auch aufhören Rohre zu legen, ja? Ey, Felix. Mhm. Fang. Shalom, ey. Hochdecken. Oh, so können wir die Röhren eigentlich entfernen, Alter. So eine, was du Bestfaser an deinen Höhnen hast. Oh, fuck. Was für... It has now become Vape Nash. Vape Nash? Na, Vape, ne, ich warte. Äh... Ach, deine Scheiß Rohrproduktion. It's very epic. Ist aber... Weißt du, es kostet einen Dollar pro... Du Huren so. Ja, wir brauchen nicht mehr zwei Steaks immer. Du hast absolut keine Ahnung. Du hast absolut keine Ahnung. Du hast absolut keine Ahnung. Prophet hat gesagt... Prophet hat gesagt, er auf Rohre zu bauen. Ne, du wirst ne... Du wirst ne... Naaaaaah. Nein, mein Königreich! Ja, ich licht ... Ich licht ... Senjata will be like, I am one with the pipe. I finna pipe the fuck out of this bitch. Big Chungus nennen. Ey Felix. Ja? Schweig. dieses der beste pc denn ich will nur dass ich mein pc soll genauso viel strom verbrauchen wie 28 schnitz toaster felix also so um die 8000 der hat eine integrierte utip misspumpe ich brauche eine penispumpe die penispumpe was gibst du mir wenn ich es schaffe den durchzuleben die durchzulesen ohne zu lachen jetzt um ein level holt die boss performance in unserem montana black premium pcs 3d bt lüfter und eine 240 mm wasserkürung von crosser sorgt dafür dass die durch das premium schauspiel von lian lee zu jederzeit eine freche durch boost dazu lasern sie dir die in lydia 170 durch die inter kc film mit acht kernen zu jederzeit Smove herfie 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 Auch wenn's bei HEIS hergeht Mit uppie Heroin Mit ist uppie Stabil Welch stabile leistungs pawf Sorgen premium apps zeichner vom crosshair Die eben so gold zertifiziert Sind wie montane signature heilskette Für stramme datensicherheit Sorgen premium f2 ssd ausgestattet mit den intel coffee lake bist du bereits für die zukunft gewartet personisiere und verändere die farbgebung deines mainboards deiner grafikkarte und peripiere mit mystic light du kannst dir zahlo zwischen zahllosen farben wählen um die komponente dem design deines systems anzupassen die mystic light die grafikkarte pallid game rock daran erinnert mich dieses bild was wir geschickt ja von diesen grafikkarten weil wir nur steine ich habe ich habe wirklich nicht irgendwie geklimpert ich habe wirklich jetzt die nicht die die behinderten jetzt genommen ich habe jetzt zum beispiel noch okay so gehäuse lüfter rgb für 100 euro und so eine scheiße und selbst mit diesen 100 euro lüftern und der was habe ich noch wasser kühlung natürlich habe ich noch wasser kühlung selbst damit komme ich immer noch auf 1272 euro so warte mal warte mal warte mal wie viel wie viel kostet der eigentlich hatte der kostet 2294 wie viel hast du zusammengestellt 1270 und ich habe jetzt ich habe richtig nicht irgendwie die krassesten die jetzt genau ich habe einfach nur okay warte so widerlich merve aktiviert die kriegen 56 prozent wasser apple kriegt irgendwie 50 oder 60 also sie sind schon ganz schön ja das ist schon was ist das so mental breakdown weil wir die forest spielen Was, Axios? Nein, ich meine, ich will nicht die, die pumpen mir die Kohle direkt in die Linse, Alter. Ja, man kann die Bäume, ah, ne, das, kann man die Bäume reparieren? Nein, schade. Destroy them. Fang. Stop running, boy. Oh, fuck. Ah, okay. Ah, profit! Warte, Apio. Stop, stop it, not in the knee, nicht bei den Drills, Alter. Not my progress. Ich kann, ich kann gut zielen, warte. Stop it. Ich kann gut zielen, Theo. Nein, Theo. Vertraue mir doch, ich habe die maximalen FPS vor der Linse. Stop it now. You talking trash, dinge? Is you talking trash? I'm holding you ein. You are in my Granatenradius. Wehe, du zerstört. Lass Prophet da. Lass Prophet. Prophet muss leben. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Du. Hehehe. Jungs, er war dieser Kampf, der Gigant. Nei! Hehehe. Amigo. Anofener. Du Jude. Oh, 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 Penny. Hehehe. Der Fahne. Vielen Dank.